Willkommen bei Bacony TV. Wir sind hier ganz hoch auf den Dächern vom 25 Hours Hotel Bikini Berlin. So weit oben, dass es sogar schneit. Neben mir habe ich hier die wunderbare Band Reptos stehen. Die Berliner Band, Halb-Berliner Band. Zwei Drittel, um genau zu sagen. Ziemlich exakt. Okay, was werdet ihr heute für uns spielen? Licht der Stadt. Licht der Stadt. Na dann, bringt uns noch ein bisschen mehr Licht in die wunderbare Stadt Berlin. Die Bühne gehört euch. Balanchierst entlang am Ortstein. Normal zu gehen, höre dich an. Und gestern Abend war es noch hoch und bald. Ein Kaffee in Moskau an der Bahn. Heute ist es Rockmusik von drüben. Man singt leise vor sich hin. Im Rosengarten sprießen blöd. Und die kalme Axt an der ist still. Und tief in deinen Augen spiegelt sich das Licht der Stadt. Und ich hab Angst, mich starrin zu verlieren. Tief in deinen Augen wehrt ich alles, was ich an. Und morgen bist du schon nicht mehr her. Und du kaufst, du kaufst, du kaufst ja eins von Illusionen. Und tief in deinen Augen spiegelt sich das Licht der Stadt. Und ich hab Angst, mich starrin zu verlieren. Denn tief in deinen Augen wehrt mich alles, was ich an. Und morgen bist du schon nicht mehr her. Du drehst ja eine Zigarette Und wartest an der Weltseilton Doch niemand darf ihn zu treffen Und tief in deinen Augen wehrt mich alles, was ich an. Und tief in deinen Augen spiegelt sich das Licht der Stadt. Und ich hab Angst, mich starrin zu verlieren. Denn tief in deinen Augen wehrt sich alles, was ich an. Und morgen bist du schon nicht mehr her. Du bist schon nicht mehr her. Bist du 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 schon nicht mehr. Ei, 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 da kriegt man ja gleich richtig gute Laune. Und wisst doch. Wird es auf jeden Fall viel wärmer hier oben. Ja, ein bisschen. Treptow. Treptow, ich hatte gerade einen Blackout. Nicht so schlimm. Wisst ihr Treptow, ihr seid Balcony TV Berlin. Wir sind im 25 Aus, glaube ich. Okay, 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 ich glaube, ich habe es wieder gefunden. Super, danke. Wo habt ihr euch kennengelernt? Im Park? Treptow Park? Wieso der Name? Das scheint mir so... Ja, eines Sonntags, da war ich da beim Bullspielen. Und dann habe ich die beiden jungen Herren kennengelernt. Oh, sehr schön. Er hat um uns gebuhlt. Wir haben uns vor ein paar Jahren schon kennengelernt. Und das hatte nicht viel mit der Musik zu tun, die wir heute machen. Also wir haben damals nicht Musik gemacht. Wir machen eigentlich erst seit zwei Jahren Musik zusammen. Und jetzt haben wir die große Freude, heute hier zu sein. Okay, also Treptow einfach das Viertel sozusagen? Ja, sozusagen, genau. Also Treptow in Berlin, eigentlich ein schöner grüner Bezirk. Und da ist so das Headquarter der Band. Und unsere Band lebt in Treptow, deswegen Treptow. Das Herzstück von Treptow seid ihr sozusagen. Okay, Licht der Stadt, der Song, den ihr gerade gespielt habt, ist ja die zweite Single von eurem Album, Besser selbst als gar nicht. Ja. Wieso Besser selbst als gar nicht? Was ist die Message von dem Album? Na ja, das haben wir auf dem Studio-Schiff, da wo unser Studio- und Probenraum ist, quasi komplett selber produziert. Einfach um das umzusetzen, was wir so vorhatten. Das hat auch über, ich weiß nicht, ein halbes Jahr gedauert etwa. Einfach alles irgendwie selbst zu machen. Und das hat, glaube ich, geklappt. Ich bin froh. Selbst alles umgesetzt. Sehr gut. Und ich meine, der Song geht ja um Berlin, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, gut aufgepasst. Ich höre zu, pass auf. Also, was gefällt euch so an dieser Stadt? Was macht euren größten Eindruck hier? Das müssen wir an, ich bin hier geboren. Ich habe sowieso so eine angeborene Arroganz als Philipp. Also, mir gefällt an der Stadt, dass Philipp da geboren ist. Das ist für mich am allerschönsten. Das ist eine richtige Antwort. Ja, ich wohne in Hamburg, ich kann dazu nichts sagen. Alles klar. Und trotzdem reingeschlichen bei Balcony TV Berlin. Hallo. Na dann, ich freue mich, dass ihr hier wart. Es war eine Freude, euch zuzuhören. Und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal bei Balcony TV Berlin. Bis zum nächsten Mal.